Tom Bakal. Fünf Jahre bei Alles, was zählt. Doch alles Geld ist weg. Warum sind Sie hier? Weil ich natürlich Schulden habe. Hollywood. Der große Traum. Wenn das mit der neuen Serie klappt, dann ist das alles ganz schnell Geschichte. Peter Zwegert. Die harte Realität. Was machen wir denn, wenn es nicht so ist? Müssen wir da jetzt drüber nachdenken? Raus aus den Schulden. Das Promi-Spezial. Heute 19.05 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020